Mein Name ist Böttö Oettchen, ich arbeite am Institut für Grundschulforschung im Department Pädagogik und ich bin heute hier um das Seminar, was ich gemeinsam mit Stefanie Truckenbrot und Sabine Macinke entwickelt habe und das beschäftigt sich thematisch mit der individuellen Unterstützung von Kindern im Schriftspracherwerb. Bei uns ist es so, dass es eine digitale fallorientierte Lernumgebung ist. Das heißt, wir haben acht verschiedene Fallkinder, wie es halt in der Klasse auch so ist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Kinder in der Klasse und anhand dieser Fallbeispiele erarbeiten wir dann unsere Inhalte mit einer engen Theorie Praxisverzahnung. Also beispielsweise gibt es hier die HESA und die HESA ist ein Kind, die hat Deutsch als Zweitsprache und ist jetzt seit anderthalb Jahren in der Klasse und fängt jetzt an lesen und schreiben zu lernen und dann erhalten die Studierenden beispielsweise hierzu oder zu HESA verschiedene Verschriftungsbeispiele. Und im Laufe des Seminars ist es zum Beispiel auch so, dass sie sich Übungen aus der App Anton raussuchen und dann von dieser App quasi gucken, okay, was passt denn da überhaupt zu HESA? Wo kann ich denn da ansetzen? Und diese Übungen suchen die Studierenden gemeinsam aus und bewerten dann auch gegenseitig, wie passt das denn tatsächlich zu HESA? Ist das wirklich eine Übung, die ist jetzt für sie geeignet oder ist das vielleicht eher so eine Übung, die für ein anderes Kind viel besser geeignet wäre? Und das ist so das Zentrale, dass wir da fallorientiert arbeiten. Und das Ganze ist immer so, dass die Studierenden bekommen erst so einen Einführungsblock innerhalb von einem interaktiven Lernmodul und dann bekommen sie diese Vertiefungsphase, genau das sie zum Beispiel mit der HESA das Verschriftungsbeispiel sich anschauen. Es ist uns unglaublich wichtig, dass die Studierenden halt das Gefühl haben, dass es, obwohl es ein Online-Seminar und obwohl es asynchron vorwiegend ist, dass sie in Interaktion und Kooperation vor allem gehen. Und das bedeutet, dass wir ganz viele strukturierende Elemente eingebaut haben. Das sind zum Beispiel diese Fallbeispiele, die sich so als roter Faden durch das gesamte Seminar durchziehen. Das bedeutet aber auch, dass wir ihnen zum Beispiel Erklärvideos bereitstellen, dass wir dann auch beispielsweise ein Frage- und Austauschforum einrichten, dass die Studierenden alle organisatorischen oder auch andere Fragen oder auch technische Fragen darin stellen können. So, das ist so das eine. Und das andere ist, die Studierenden geben immer wieder Arbeitsaufträge ab und da erhalten sie von uns dann natürlich auch E-Feedback in verschiedenen Varianten, also beispielsweise Video-Feedback. Da achten wir sehr darauf, dass da quasi der Austausch auch zwischen Dozierenden und Studierenden stattfindet. Und dann ist es auch noch so, dass wir regelmäßig Sprechstunden und Austauschrunden anbieten. Das heißt, das ist ein freiwilliges Format, wird von den Studierenden aber sehr gerne angenommen und da wird sehr viel über diese Ergebnisse dann diskutiert. Das heißt, das ist dann uns ganz wichtig, dass da diese Kooperation und Interaktion auch nochmal in einem richtigen Austauschformat stattfindet. Der Leistungsnachweis war so, dass die Studierenden über das Semester hinweg fünf verschiedene Prüfungsleistungen abgeben mussten. Das heißt, es gab unsere Themenblöcke und zu jedem Themenblock gab es dann eine zusammenfassende Prüfungsleistung. Diese wurde dann über StudOn hochgeladen und dann auch von uns mit so einem Feedback direkt bewertet, dass die Studierenden da direkt eine Rückmeldung hatten, wie sie da abgeschnitten haben. Insgesamt kam das Format sehr gut an. Vor allem halt dieser Fallbezug wurde sehr positiv von den Studierenden bewertet und tatsächlich ist es so, dass wir auch viel gute Rückmeldungen bekommen haben. Vor allem, was diese Interaktion auch anging, dass die Studierenden wirklich das Gefühl hatten, dass sie oft so in den Austausch miteinander gegangen sind und natürlich auch dann mit uns Studierenden. Man muss aber auch ehrlich sein, natürlich gab es auch Studierende, die beim Seminar nicht ganz so profitiert haben. Also wir begleiten das Seminar auch mit einer Forschungsevaluation und da gibt es natürlich auch Studierende, die profitieren ja nicht ganz so davon wie andere Studierende. Da sind wir aber gerade noch hinterher, diese Faktoren dann halt aufzuklären, um dann halt diese individuellen Bedürfnisse, die die Studierenden ja auch haben, dann denen auch gerecht zu werden. Insgesamt ist unser Fazit, glaube ich so, dass so Interaktion ganz wichtig ist, auch in einem Online-Format und vor allem in diesen asynchronen Seminaren und gleichzeitig auch, es gibt so viele oder unglaublich viele digitale Tools und man muss dann aber trotzdem noch ausführen, welches digitale Tool ist denn jetzt auch sinnvoll für das Format und wir haben die Erfahrung gemacht, weniger ist dann manchmal doch auch mehr und diese digitalen Tools einzubauen, finden wir ganz wichtig und wir möchten das Seminar auch weiterhin noch als Online-Seminar anbieten, aber beispielsweise diese Austauschtermine dann auch in Präsenz anbieten. piern so 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 Vielen Dank.